Jetzt warten wir da ganz kurz. Ich denke das wird nicht mehr so lange gehen. 38% das geht etwa eine halbe Minute. Da ist wieder einer gestorben. Jetzt geben sie wieder Gas oder? Oh nein. Die DPL 001 ist gestorben. Swiss Master Tiosaurus ist noch da. Oh, für die Zucchini muss ich dann neu benennen. Ah, schau, jetzt sterben alle. Was ist denn los da? Das ist traurig. Also einmal. Und dann, wo haben wir der zweite da? Also, ein Diplodocus ist das gewesen. Müssen wir natürlich einen aufsetzen. Ah, da haben wir schon einen frei gehabt. Hätten wir schon einen bereit gehabt, um einen freilassen. Also jetzt ist es hinten wieder ganz irgendwo anders. Wie viele Millionen haben wir? Ja, 66 gerade knapp sind wir. Ja, wir sind ein wenig knapp dran, aber es geht. Es geht. Wir müssen hier natürlich unsere Ausgaben schon unter Kontrolle behalten. Oh, was haben wir da frei? 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 Super. Ist der nicht immer allein? Immer gut, wenn es zwei sind. Das ist eher meine Kragenweite. Ein Parasaurolophus. Seine Schädelform stellt die Wissenschaft vor ein Rätsel. Eine evolutionäre Sackgasse, aber offenbar hocheffektiv. Um solche Dinge sollte es in der Jurassic-Forschung eigentlich gehen. Okay, jetzt wissen wir das. Interessant. Interessant. Gut. Transportiere Produkte. So. Jetzt ist es halt so. Auch hier können wir überall brauchen, wenn wir Futter haben. Ich will das automatisch machen. Nachschubanfrage bestätigt. Bestätige Aufgabe. Dann machen wir das Ranger-Team das Eis. Das Eis. Reagiere auf Nachschubanfrage. Dann gehen wir hier rüber. Machen wir hier. Wie ist es da? Yes. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also jetzt nehmen wir hier einen Ranger. Aufgabe hinzufügen. Geht hier hin. Let's do a picture. Picture of the fighting dinosaur. Machen wir auch, oder? Für die, die es interessiert, es gibt ja parallel noch meinen, äh, also ich bin auch Fotograf, so Hobbyfotograf. Also könnt ihr mal suchen, Kuhnmann Photography, für die, die es interessiert. Oder, äh, so ein wenig auf Facebook, Instagram, ist Kuhnmann ein gutes Hashtagli, zum Suchen. Und dort findest du ganz viele Sachen, so ein wenig aus dem IRL auch, auch, von mir, für dich. So, und schau, da kommen wir jetzt. So, jetzt, äh. Machen wir schnell, da, das. Nein, warte, was macht er jetzt da? Zack. Wo bin ich jetzt? Dann tut er mich da wieder weg, oder? So, dann nehme ich da an, den Fahrzeuglenker, dann machen wir F für Foto. So. Da hinten kommt der Long-, äh, der Breitholz. Er macht sich auf den Weg zu der Geist. Kommt zu uns her. Und da sieht man schon, seine Angreifer. Und kämpft. Ja, mir auch. Warte mal. Während eines Kampfes angreift. Ja, ist doch gut. Für 21.000. Haben wir jetzt doch, oder? Eine große Kunst, aber mir gefällt's. Gut. Hätten wir das? Ganz einfach. So. Das wäre geschafft. Gell, Isaac? Rufbelohnung. Spielhalle. Besucherzentrum. Geil. Jetzt haben wir ein neues, 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 neues Gebäude. Neues Gebäude. Spielhalle. Oh, niedrige Gesundheit. Wo haben wir das? Zeigen. Der Dr. Krummann kommt sofort. Ah, gut. Ja, die sind... Oh, der andere. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gehen wir schnell hergucken. Die Lophosaurus ist dort. Gut. Es hätte mich jetzt überrascht, wenn die Lophosaurus das überlebt hätte. Ganz ehrlich. So, Spielhalle. Wo machen wir Spielhalle? Spielhalle. So, Gäste. Da. Solche Aufträge gibt es nicht jeden Tag. Gigantosaurus. Nein, warte. Machen wir später, mein Lieber. Da ist alles ein bisschen eng, hä? Aha. Hm. Aha. Das ist jetzt aber schon noch gemein, oder? Also, oder da vielleicht? Produkttransport wird durchbeführt. Hm. Da ist es doch vorhin gegangen, nicht? Ja, aber stiessen wir ja die so weit weg machen, ehrlich gesagt. Dann mache ich da lieber den Strom anders. Und bau das Ding dann da her. Warte mal. Strom anders legen. Das würde bedeuten, äh, ich brauche das. Dann könnte man eigentlich davon ausgehen, dass das da vorne... kein Strom mehr braucht. Sehr schön. Sehr schön. Wir bauen wieder mal. Dann... Spielhalle. Wo ist das die gewesen? Spielhalle. Die muss doch da hinten passen, komm. Ja, es ist halt alles ein bisschen eng da, hä? Wenn wir das hier oben bauen, damit es da oben noch ein bisschen spielen kann. Noch ein bisschen ihres halbverdientes Geld loswerden. Aber auch da ist alles ein bisschen voll. Hm. Wohin damit? Ah, aha. Machen wir es da her, gut. Herrlich. So, so wächst das Ding da immer mehr und mehr. Ja, wir haben wir da her, komm. Das heisst, ich habe jetzt gerade gesehen, da ist rot. Das bedeutet, ich muss da dringend einmal meine Fossilie anschauen. Ja, da kann ich leider nichts mehr machen. Gut, ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz auf die andere Inseln über den Kolok abliefern. Ich glaube, das machen wir ganz kurz, komm. Gehen wir ganz kurz auf Isla Pena. Ich weiss, ich bin da noch nie rein, aber ich gehe einfach mal ein bisschen Geld rüber tun. Finde ich strategisch gut. Und jetzt da, am letzten Sommertag. Ja, ja, schön sind Sie da, wirklich. Ich habe Freude. Für das Gehoste, für das Zusehen. Für die Verte. So. Isla Pena. Ja und übrigens, ihr könnt euch gerne herumverzählen von diesem wahnsinnig alten Mann mit diesem coolen Channel. Herzlich willkommen, also wirklich jeder ist herzlich willkommen ein Follow da zu lassen oder auf YouTube zu abonnieren oder was das Herz begehrt. Alles gratis natürlich, logisch kann man auch Geld ausgeben für bezahlte Abonnementschaft auf Twitch, aber es ist kein Muss. Aber ein Follow, der wäre super cool, da habe ich nämlich bald auch meine 100 Follower zusammen. Das ist eigentlich noch ein Katzensprung, müsste man sagen. So, Lecker, was haben wir da noch alles zum Verkaufen? So. Warte, dann müsste ich auf der anderen Insel dann machen. So. 7,16 Millionen, das ist gut. Wir bleiben da aber, wie gesagt, nicht lange, sondern nur gleich bis jetzt. Und dann fliegen wir wieder zurück. Ich will die Insel fertig machen da. Fertig, Schluss, fertig, fertig. Schluss. Ja. So ist das. Und da aussen du? Hast du auch heute arbeiten müssen? Oder wie sieht es bei dir aus so im Leben? Ich frage dich mal ganz nett. Der Sound. Ich finde... Ich finde halt auch der Sound einfach geil. Ich liebe Jurassic World, Jurassic Park. Das Ganze. Es ist ein schöner Park geworden, finde ich. Haben wir gut gemacht. Haben wir wirklich gut gemacht. Expedition abgeschlossen. Dann können wir hier schon wieder schauen, was wir alles bekommen haben. Dann machen wir hier. 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 Super. Gut. 3,1 Stern. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, an was fehlt es uns denn da in dieser Inselbewertung? Eine annehmbare Vielfalt, annehmbare Kapazität, annehmbare Zufriedenheit. Ja, was wollen wir denn noch genau? 3,5 Anlagebewertung. Vielleicht müssen wir halt dann gleich mal so ein bisschen sagen, okay. Isla Pena wird mit einer Inselbewertung von 5 freigeschalten. Ja, aber das haben wir ja schon. Vielfaltstrafe. Ja, ich weiss, aber ich weiss eben nicht mehr echt, was für Dinos kann ich denn da noch zusammentun? Weisst du, es ist so ein wenig... Wie sieht es da aus? Da ist leer. Wie weiss, wenn wir da jetzt mal sagen, jetzt sind wir da etwas Wahnsinniges drin. Irgendetwas, was wir bis jetzt noch nicht so viel haben. Die Tyrannosaurus Rex. Genau. Die kennen wir auch schon. Ich mein weiss, es ist alles so ein wenig... Ja, ja. Oder? Gibt es da irgendjemanden, den wir in der Gameforschung freischalten können? Oder so? Müssen wir auch mal schauen, oder? Also da ist... Fossilien. Deluxe Fossilien. Der... Der Grichtonsaurus. Der Archäor... Archeorin... Lägt er mir diesen Namen bitte? Archeornitomimus. Mayungasaurus. Styrakosaurus. Mhm. Synozyratops. ein Stygimoloch. Das ist doch irgendetwas gewesen. Stygimoloch, genau, das ist das, was wir noch nicht machen müssen, oder? Oh, der sieht auch frech aus. Der Baryonyx, okay. Und der Carnotaurus, leck, auch eine echte Maschine. Gigantosaurus, nicht? Unterhaltungsmission, Sicherheitsmission, Isla Pena, okay, das ist dann das nächste, das man so ein bisschen freischaltet. Aber du siehst, es ist wahnsinnig interessant, also vielseitig, spannend, Spielspass und Unterhaltung quasi, einfach keine Überraschung. Und somit, so siehst du, da haben wir halt auch noch so Sachen, wo wir dann so ein bisschen, ja, aber halt haben, also... Was machen wir? Ich glaube, da machen wir es wieder so. Oh, komm. Da hauen wir zwei von diesen Kollegen hinein. Ziratos. Die finde ich cool. Fertig. So. Wie sieht es da aus? Strutis sind zufrieden. Ah, der hat es nicht so gut. Sozial. Oh, oh. Der braucht Kollegen. Der braucht dringend Kollegen. ACU-Helikopter. Der da. Der da. Holst du ihn gerade. Der fährt jetzt gerade an blöd, du musst schauen. Die anderen zwei sind in diesem Fall auch nicht happy da unten. Oh je, jetzt haben wir wieder ein Dino-Problem. Das haben wir uns aber jetzt sehr schlau eingerichtet, he? Zack. Wo haben wir es jetzt da? Die komisch Beschädelten. Einmal Zwetschgen. Zweimal Zwetschgen. So. Dann kommen die langsam. Das ist gut. Gut. Der ist da auch abgeholt. Sorry, ich mache immer ein Escape. Ich weiss auch nicht warum. So. Da. Der kommt. Da hören. Da haben wir noch einen Toten. Wie haben wir es dann da mit dem Strom? Wo ist denn der Strom wieder? So. Das Kraftwerk. Team 7 schicken wir los. Einmal neu starten. Danke. Wunderbar. Sonst sieht es gut aus da. Transport ist im Gange. Und der Tod wird auch abgeholt. Kein Strom. Schon wieder. Behoben. Ja. Ich schnelle das eh wahrscheinlich wieder. So. Jetzt schieft es da noch. Geht es eigentlich noch? Ja. Bauen wir nochmal eins. So. Futterstationen. Einmal mehr. Ich sage das ist auch nicht genau. Gut. Nächste Ranger Team gehen wir weiter machen. Hier. 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 Sehr gut. Ich finde es cool. Right. Und hier. Wie haben wir es denn da? Hier haben wir wieder eine, zwei zum freilassen. Diplodocus. Sehr cool. Lassen wir natürlich sehr gerne frei. Los. Raus mit dir. Herzig. Oh je. Einer ist in meiner Lunge da. Machen wir nochmal einen. Warte. Wo haben wir ihn? Hier. So. Hier gehen sie 4800. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Jetzt warte mal bitte. Jetzt ist er da. Jetzt muss ich da das erste Mal schauen. Ähm. Wo haben wir eine Krankheit? Das ist nicht gut. Ähm. Ranger Team. Dann machen wir den hier gesund. Kümmer mich um Futterstation. Transport abgeschlossen. So. Gut. Hätten wir das? Wäre da schon jemand zu stehen. Good. So. So. So, und jetzt wo sind die da? Mehr Wald. Aber jetzt kommen ja gerade deine Kollegen. Musst du jetzt nicht traurig sein? So, warte. Ein bisschen lang ist das. Oh je. Liebe Gäste, wir sind unerfreud an den Paarer. So gut. Bekommen. Komm holen den. Den müssen sie jetzt einfach holen. Ich sag das. Wie geht es den anderen? Sozial ist besser. Okay, sie holen ihn gleich. Oh, genau im richtigen Augenblick. Hast du das gesehen? Also, zack zack. Nicht, dass der da versauft. So. Gut. Aber dann kommen die da. Jaja, die verträgen das. Ist gar nicht so schlecht. Sehr gut. Hätte man das Schlimmste verhindert? So. Schau mal, wie geil das hier alles runter geht. Ich finde das super cool.